Verteidigt euch! Gut, 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 für heute. So, das reicht. Das war ein guter Kampf. Ihr seid mittlerweile ein würdiger Gegner. Nur eins, seid nur ehrenvoll, solange es euch nicht gefährdet. Ein Gegner wird euch auch nicht zu Atem kommen lassen, wenn es um sein Leben geht. Aber wenn ihr zu hinterhältig und grausam seid, verliert ihr die Gunst des Publikums und eurer Freunde. Wegt es also gut ab. Und nun verschwindet! Ich muss erst einmal meine geschundenen Knochen ausruhen. Erholt euch gut. Auf bald. So, das war, glaube ich, jetzt schon das vorletzte Training. Hat auf jeden Fall wieder Erfahrungspunkte gegeben. Ja, absolviert das Meistertraining bei Usaka in der Arena. Das Meistertraining kann ab Stufe 44 begonnen werden. Ab Stufe 48 geht es als abgeschlossen. Also ja, 48 können wir wiederkommen. Um das letzte Training zu absolvieren. Aber jetzt geht es dann erst einmal in den brennenden Fels. Also, nicht schwarze Küste, sondern Rahmenpass in die abgelegenen Ruinen. Oh, cool. Die haben es geschafft, den Waffenmeister da zu töten. Jetzt ist die Frage, wird gleich noch einer kommen. Oder war es das jetzt mit dem Waffenmeistern dort? Äh, auf jeden Fall. Auf zum brennenden Felsen, würde ich sagen. Okay. Okay. So, da haben wir gleich schon mal einen Freund. Was riecht denn hier so seltsam? Das ist, das ist Menschenfleisch. Oh, das ist lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Kommt nicht auf dumme Gedankenort. Oh, ich hatte nicht vor, euch zu essen. Wisst ihr, mein Geruchssinn taugt nur mehr als meine Augen. Sehr schlecht in diesem Land hier. Sehr schlecht. Und was für ein Land ist das? Die Hasim nennen es die brennenden Steine. Es ist ein verwunschener Ort, seitdem der Feuerriese Uthruhr hier gehaust hat. Er hat damals in seinem Zorn drei Flüche über dieses Land ausgesprochen. Erzählt mir davon. Der erste von ihnen traf die Prinzessinnen, die ihm versprochen waren. Ihr müsst wissen, Uthruhr bewachte hier den Eingang zum Kolosseum der Götter und er war sehr einsam auf seiner Wacht. Da riefen die Götter die fünf schönsten Prinzessinnen der jungen Völker herbei, damit Uthruhr sich eine von ihnen erwählen sollte. Uthruhr glaubte, wenn er den Frauen nur genug Edelsteine und Gold aus dem Inneren der Erde holte, könnte er ihre Herzen gewinnen. Aber er hatte sich getäuscht. Die Frauen nahmen seine Steine, oh ja, aber sie verschmähten den hässlichen Riesen. Da wurde er so wütend, dass er heftig mit dem Fuß aufstampfte, sodass der Boden brach und der Vulkan sich erhob. Er verfluchte die Prinzessin ob ihre Eitelkeit und sie wurden zu hässlichen Kröten. Seit jedem Tag wandern sie unglücklich durch das Land, immer bewacht von Uthruhrs dämonischen Diener. Sind sie dann mittlerweile nicht genug gestraft? Das sind sie wohl. Befreit sie. Tötet ihre Bewacher und erlöst sie von dem Fluch. Ja. Uthrus erster Fluch. Der Feuerriese Uthruhr sollte sich einst eine schöne Prinzessin erwähnen, aber die Frauen erzürnten ihn mit ihrer Eitelkeit und er verfluchte sie, damit sie als hässliche Kröten ihr Dasein fristeten. Genau. Gut, hier oben müsste das Heldenmonument sein. Hier oben ist das Heldenmonument. Machen wir erst die brennenden Felsen, so können wir vielleicht noch ein Level für die Schädelsteppe, äh, für die Urwerkhalle raushauen. Komme ich auf die Schädelsteppe, das ist was ganz anderes. Und können dann auch vielleicht eben nach den Urwerkhallen im Kolosseum die Zerbitenträne gewinnen, um an den Stab zu kommen. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall wäre es irgendwann mal schön, eine neue Schützenruhne zu haben. So, du hast eine Aura der Heilung. Kannst sogar einen Bären bespüren. Ja, du kannst Spiegelbilder und Meditationen. So, gehen wir erst mal unten lang wieder. Und los! Vorwärts! Auf mein Zeichen und los! Vorwärts! Folgt mir! Zur Ehre Aronius! Schlagt sie zurück! Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Für die Rune! Haltet durch Männer! Verteidigt euch! Hier verzaubert... Auf mein Kommando! Okay. Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Klappt leider nicht so gut. Das Kützfeld! Genau. Hau auf Umt drauf! Ja, vorwärts! Umt kann so gut wie alles wegstecken. Ach, da sind die ersten dämonischen Wächter. Oh, hier sind auch die monische Wächter. Das heißt, hier ist auch schon ein Prinzessin. Zurück mit euch! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Mir nach! Für die Rune! Wird's lustig, wie sie laufen. Zurück mit euch! Feindlicher Angriff! Zeit zu sterben! Haltet durch Männer! Komm zu Umt, komm! Verstärkt die Deckung! Umt alles kaputt machen! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Die Spiegelbilder halten mich gerade davon ab, irgendwie dann zu greifen. Sie sind überall! Halte durch Männer! Schlagt sie zurück! Hey, halt doch still! Au! Komm zu Umt, komm! Ja, folgt mir! So, ist hier irgendwas außer ihr kleiner Sumpf? Die hässliche Kröne schaut euch mit großen Augen fliehen dran! Ihr seid frei, Prinzessin! Erhebt euch! Danke! Der Flur ist gebrochen! Ja, die erste Prinzessin ist befreit! Kommt mit rechts zu zweit! Mir nach! Die Rune ruft? Auf meinem Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Für die Freiheit! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Verteidigt euch! Schlagt sie zurück! So, die Prinzessin flieht! Haltet durch Männer! Sie sind überall! Verteidigt euch! Haltet durch Männer! Haltet durch Männer! Verteidigt euch! Ich glaube, da ist gerade der Bär gefallen. Komm zu Umt, komm! Achso, wahrscheinlich, weil sie keinen Mana mehr hat. Achtung! Das Kitzfeld! Zurück mit euch! Schlagt sie zurück! Achtung! Machen wir mal eine Weile die Heilungsaura aus. Haltet durch Männer! Ich würde ja meine mal anstalten. Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise! Verstanden! Komm zu Umt, komm! Genau, hau die Spiegelbilder erstmal weg. Ja, vorwärts! So, retten wir die nächste Prinzessin. Ihr seht die Kreatur, schaut euch mit großen Augen auf den Tag. Ihr seid frei, Prinzessin. Erhebt euch! Danke, der Flur ist gebrochen! Ja! Vorwärts! Ja! Folgt mir! Questbuch wurde aktualisiert. Ja, sucht die verwandelte Prinzessin, die sich im Südosten auffällt. Findet ihr die Kröte, die zur Kröte verwandelte Prinzessin im Südosten natürlich, die ihm ihre Wache erschlackt. Achtet darauf, dass die Prinzessin am Leben bleibt. Ja, dasselbe steht bei der hier. Schnell! Sofort! Und los! Vorwärts! Schnell! Sofort! Wie gesagt, ich hätte irgendwann mal gerne demnächst eine neue Schützenruhe, ne? Vorwärts! Auch wenn sie noch relativ gut ist, dadurch, dass sie das Set hat und den Bogen... Zeit zu sterben! Schließ die Reihen! Bereit! Folgt mir! Vorwärts! Aber Level 25 ist jetzt nicht unbedingt sehr stark. Zum Angreif! Zeit zu sterben! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise! Die Rune befiehlt aus Ehre Aromirs! Sie sind überall! Das Kützwind! Haltet durch, Männer! Zeit zu sterben! Feindlicher Angriff! Zurück mit euch! Hier! Sofort! Mir nach! Grenzt mit beiden, Digga! Sehr schön! Ja, die herzliche Kreatur schaut euch mit ihren großen Augen auf! Ihr seid frei! Danke! Der Flur ist gebrochen! So, da gibt's auf jeden Fall noch eine Prinzessin! Ja, sofort! Das. Heç gut! Das. Das.